Ich bin jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht. Wir müssen noch mehr groben. Ah, okay, er wird wach sein. Ist ja weiter so? Alles gut. Mind dance. Eher hoch, oder? Ja. Das ist so wichtig. Oh! Oh! Ich bin jetzt. Also, ich bin jetzt. Das ist so wichtig. Ich bin jetzt. Das ist so wichtig. Das ist jetzt. Ah! Ah! Oh my god, wir haben alles abgelehnt! Oh, oh, oh! Ah! Ah! Second save! Ah! 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 Vielen Dank. Guck noch jemand zu? Heide, was geht? Gerade beim Laufen, alle gegen alle. Gerade beim Laufen, alle gegen alle. Aber die beiden Finalisten sind ein Team, was mir eher unsinnig erscheint. Dass wir ein Team sind, erscheint Heide eher unsinnig. Wir sind ein Team. Wir sind ein Team, eben. Wir sind ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team. Wir sind ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team. Wir sind ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team. Wir sind ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team. Wir sind ein Team, das ist ein Team. Wir sind ein Team, das ist ein Team. Oh, shit! Wir sind ein Team, das ist ein Team. Wir sind ein Team, das ist ein Team, das ist ein Team. Oh, nein, nein, nein. Ich bin in der Luft, ich kann gar keine ziehen. Ja, der nächste bitte. Das war ein Böse. Okay, du. Hä, was? Obis wollte 4 Minuten Handworfen. Obis wollte 4 Minuten Handworfen. Er hat nicht mehr probiert heute noch, deswegen. Wer hat sie vor? 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 Was? Das können wir machen, dann. Das ist echt SG-2. Ja, danke. Das ist ein Bühne mit 8 Minuten. Ach, die sind da auch. Das kann 8 Minuten. Ja, ja. Schmeiß, schmeiß. Ich dachte, egal was ich mache, er stirbt. Ja, ich wollte ihn mit der Topf noch setzen. Ah, mit der Topf. Ja, weißt du? Okay, das ist doch schwer. So, ich darfst du sagen. Okay. FD? Was soll man dazu sagen hier? Oh man. Oh, Belfi ist. Oh! Schaumtypattil. Na, Ute spielt auch ernst. Abenteuer. Which one? Der, der im Ende des letzten Endes. Der, der hat 8 Minuten. Der letzte Malen. Wir sind in den nächsten Zeit. Ich entspannen. Ich habe mich verloren in den Sausen. Ich habe mich verloren. Oh nein, das ist eigentlich ein bisschen... Ein bisschen... Ich habe mich verloren in den Sausen. Ich habe mich nicht in den Sausen. Nein, ich sage nein. Ich mache einen Kommentar für die Heide. Wie geht es? Ein bisschen Kommentar geht sich fix aus. Das hat meine Oma immer gesagt. Die hat im dritten gewohnt. Die habe ich immer gerne besucht. Die hat immer den schönsten Apfelkuchen gemacht. Der Kono, der kommt auch nächste Woche vorbei. Das ist der Urlaub. Dann haben wir noch einen neuen Spieler. Ja, hier steht es auf jeden Fall relativ even. Aber der Konati hat jetzt gut aufgeräumt. Gut geht es mir. Das ist super, dass es dir gut geht. Ich finde, das kann das rote Team noch gewinnen. Du musst mehr resten, glaube ich. Baumwolle... Baumwolle sagt, er soll mehr resten. Und er versucht es und schattet. Oh, die Nair, die alle traf. Opus, ein bisschen... Opus, versuch einfach seinen Teammate zu killen. Okay. Ja, das... Hätte treffen können. Ich sehe das ja nicht für rot. Ja, ja. Drei Viertel Bier hast du getrunken. Da bist du schon drunk. Also, dort finde ich... Du wirst ihn sehen. Du wirst ihn sehen. Setz dich hier in Wunerspfeind oder was? Und jetzt ist es auch die Situation. Ja, die berlinierst. Ah, ich will nicht. Danke. Danke.